ja starten wir erstmal mit level 2 oder 3, machen wir level 2 mal ja wie gesagt im ersten part level 1 haben wir überall einmal reingeschaut in jedem minispiel was musste man hier noch machen immer dann drücken wenn er oben gefüllt hat okay das war glaube ich gut oder so ist es gut der cpu hat gewonnen anscheinend okay aber high score haben wir hingekriegt immerhin neuer high score schwierigkeit wählen ja warum man über dreck level 3 daher ich würde sagen wir schauen überall noch mal level 2 3 durch bei jedem minispiel also immer dann drücken mal nach oben gefüllt hat eigentlich komplett das war nicht gut ich habe zu meinen oben gedrückt gerade die anderen natürlich cpu krass der einen cpu auf fast 1.000 sich gerade 934 hat der einen computer gekriegt krass das müsste man auch eigentlich üben und so also